Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Komm schon! Ich hab den Spider... äh, nochmal Spider-Bizeps oder Schultern... Los, los, los! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer Runde von Marvel's Spider-Man Remastered für den PC. Hey, inklusive leckerer GeForce-Hardware, damit wir das Ganze mit der besten Grafik genießen können. Denn Raytracing und DLSS sind mit am Start. Alle wichtigen Infos sind in der Videobeschreibung, deshalb schaut euch unbedingt mal vorbei. Und ich labere jetzt nicht nur von der geilen Grafik, sondern wir schauen sie uns jetzt zusammen an. Let's... go! Und... äh, da sind wir auch schon im Spiel. Alter, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Guckt euch mal diese Reflexion hier an. Warte mal, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe, dann müsste sich doch eigentlich... Tatsächlich, die komplette Stadt spiegelt sich hier in dieser Fassade. Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk-Tower. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Juri, ich habe acht Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Oh, da vorne fährt schon die Polizei. Juri scheint die Kavallerie angefordert zu haben. Oh, let's go! Äh, ja. Wir brauchen mehr Leute! 1035 Times Square, auch besonderer Beschuss! Zeit für den Rambock! Wer ist der Rambock? Weg! Wer ist der Rambock? Leute, sowas macht man doch nicht. Morgen, Jungs! Okay. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Angriff, ausweichen und schlagen. Okay, das war eher ein Tritt, aber ist ja auch nicht so wenig. Habt ihr das gerade gesehen? Alter! Ich habe jetzt einfach... Habe ich nicht gerade den Gullideckel da weggenommen? Der Nächste, bitte. Ich bin für den Spider-Man. Zack! Bam! Oh! Kurz ausweichen, ja. Und? Das sieht nicht gut aus. Nee. Hey! Na? Oh, warte. Auszuweichen. Zack! Ich habe mich noch eingespinnt. Okay. Ausweichen. Das kann eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Eins gegen eins? Hilfe! Tschüss! Ja, okay. Komm, jetzt kriegst du. Okay, Juri. Erledigt. Was ist... Oh, nein. Juri? Juri! Boah, was geht denn... Äh... Okay. Warum wird hier so heftig geballert? Verstärkung. Und riegelt den Luftraum ab. Juri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Oh Mann, Spider-Man ist so cool. Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mache den Weg frei, folgt mir! Ja, Moment mal, hier sind jetzt aber doch ein paar viele Leute. Erhöhe deinen Kombo-Zähler, um deinen Fokus schneller wachsen zu lassen. Schlechte Nachrichten. Ihr schafft das nicht, Kumpel. Zack. Oh. Er wird alles vermasselt. Ah, Spider-Man, ey. Vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Ein netter Typ aus der... Die nette Spinne aus der Nachbarschaft. So, der hat noch eine Waffe. Der hier vorne. Komm mal her, hier. Bam! Zack. Siebener Kombo. Moiner. Elfer. Jetzt weiter, 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 weiter. Nicht treffen lassen. 14 ab, 15. Komm her, Junge. Bam! Nein! 20er. Ausgewichen. Bam! Let's go. Komm her, Junge. 25er. Fokusleiste voll. Nutze deinen Fokus, um dich zu heilen. Heilung. Wupp! Ja, ich fahre mit dem Fahrstuhl hoch. Los, los! Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe! Oh, diese Spiegelung am Boden. Spider-Man, start auf. Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Ach so, ah ja, stimmt. Ich kann ja auch krabbeln. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Wir brauchen nichts. Wir haben ein Gespräch abgehört. Wir löschen alle Daten von Ihren Servern. Wir brauchen Verweise, wenn wir ein Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. May ruft an. Ich gehe besser ran. Ähm, hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt? Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Ich dich auch. Hi. Mein Stichwort. Und abends da oben. Wollt ihr denn das? Da bin ich wieder. Moin, Leute. Ich habe hier ein paar Trittel für euch. Au, 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 au. Oh, Zehner-Kombo. Ja, ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Ausweichen, ausweichen, spinnen. Bam. Sehr gut. Und. Bumm. So langsam komme ich ganz gut rein. Fokusleiste. Wir müssen uns gar nicht heilen. Bei voller Fokus kannst du einen Finisher ausführen. B und B und Y. Wirklich, dass das gut auskommt? Ja. Aber das war ja, das sollte man wahrscheinlich nur für Endgegner oder so benutzen, oder? Muss den Server rauf, bevor alle Beweise vernichtet sind. Ja, mache ich. Ich habe übrigens eine GeForce 3090 drin. Die unterstützt eben auch Raytracing, DLSS. Die Action geht gleich weiter. Hier gibt es jetzt allerdings kurz nochmal einen Side-by-Side-Vergleich zum DLSS. Ich habe mein Passwort vergessen. Ja, ich bräuchte einmal. Mein Passwort ist Kuggepalle123. Nee, löscht man nicht. Oh, Alter, wie hat der mich? Ich habe nur noch 55 HP. Uh, einmal Heilung. Sehr nice. Dann hole ich mir mal das Ding. Du musst die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Ja, hier. Heck dich rein. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernpatch vergessen. Du versteckst mich im Serverraum. We're fighting. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Oh. Juri, eine Explosion. Ich habe es gesehen. Ich könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Wie viele Leute hat der Junge denn? Wer muss sich denn jetzt noch weiter... Aua. Sag mal, hört doch auf immer zu schießen. Ja, das kommt davon. Ja. Perfekt. Muss ich weiter hoch, ja. Hopp. Der Weg ist frei. Los. Noch ein Explosion. Ich glaube, Bomben gehören zu Willis Fluchtplan. Sie scheinen festzusitzen. Kümmer dich um sie. Wir suchen die Bomben. Okay. Hilfe. Ja, ich bin hier. Los, alle weg. Evakuiert das Gebäude. Raus hier. Ja, ich komm. Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Ich bin Superheld. Spider-Man. Ja, ich komm. Wir sitzen fest. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Komm schon. Ich hab den Spider... Nochmal, Spider-Bizeps. Oder Schultern. Los, los, los. Das war... Das war anstrengend. Aber kein Problem für mich. Achtung! Ja, ich geh ja schon vor Seite. Ich schnapp ihn mir. Sag mal, deine Mutter hat dir nicht beigebracht. Keine Raketenwerfer. Noch mehr Raketenwerfer. Mehr Raketen? Alles klar. Bisschen übertrieben, oder? Minimal. So, warte mal. Vorsicht, ich darf den nicht wieder schießen lassen. Oh. Das war knapp. So, warte mal. Was ist mit dir, Brudi? Komm her, hier. Das macht man nicht. Was? Das ist ein nationaler Raketentag oder so? Boah, Alter. Das hat reingaut. Warum hat mich das denn getroffen? Okay, ich brauch... Ich brauch ein paar Kombos. Sonst bin ich hier gleich down. Ich hab nur noch 35 HP. Och, dieser Boden. Das sieht so sick aus. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Okay. Achtung, Boss. Vorsicht! Der hatte schon so eine korrupte Sonnenbrille auf. Netzschlag. Switchen. Bam. Okay. Immer schön ausweichen. Ihr habt von Anfang an mit Pisk unter einer Decke gesteckt. Ausweichen. Oh. Sag mal, warum musst du mir denn so eine Schelle geben? Prügel. Au. Sag mal, hör doch mal auf jetzt. Das ist nicht ganz so nett. Ausweichen. So, du hast ja nicht mal so ein Schild. Du hast aber eine Waffe. Das ist ja sowieso schon mal unfair. So. Runter. Und bam. So. Jetzt nochmal. Ausweichen. Und Kick. Sehr gut. Und da wartet jetzt hier Mr. Overmark auf mich. Schickes Büro. Mr. Fangkuchen-Gesicht. Schreibst du deine Memo an? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Jetzt kommt der Boss-Fight. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Ah, du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? Acht Jahre lang diese Anmaßung. Ich glaube, das könnte mein Ende sein. Hilfe. Ich bin nachgeladen. Okay. Wartet. Wartet. Wartet kurz. Ja. Jetzt. Jetzt. Einspinnen. Was? Oh. Aua, aua, aua. Ich wurde kurz getroffen. So. Und jetzt. Nimm das. Ja, sehr gut. Hopp. Jetzt noch den anderen. Und einspinnen. Oh. Ja. Und jetzt auf den Typen. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Gib dein Bestes. Oh, Alter. Er hat seine Fruchtzwege auf jeden Fall immer gegessen. Zack. Das ist meine Chance. Jetzt. Bam. Bam. Oh, Junge. Oh. Du elende Nervensäge. Einen Moment. Alter, warum macht der sich ein Schaden? Oh. So, wo ist denn die so? Du bist der größte Abschaum dieser Stadt. Ha. Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn. Sala, Öderauf immer Sachen auf mich zu werfen. Komm. Jawohl. Einfach Wrestling-Star. Vor allem, da kommt immer mehr. Vielleicht soll ich wirklich auf Fisk gehen? Okay. Ich prüge jetzt erstmal die anderen. Hör doch auf. Ich schaffe das alleine. Zack. Ich heile mich nochmal. Oh, ein 52er-Kombo. Jetzt. Nein, 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 nein. Nicht meine Kombi zerstört. Nicht meine Kombi zerstört. Ich bin gerade gut. Oh, Alter. Oh. Oh. Oh, Gott. Glücktein-Event. L-T, R-T. Und... Oh, nee. Verkappt. Oh. Oh. Jetzt. Y. Ich hatte doch richtig getroffen. Wann muss ich das denn dann drücken? X, X, okay. X, 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 X. Das ging gerade noch gut. Nochmal? Irgendwas? Nee. Sollten wir uns küssen? Vielleicht später. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Oh, nee. Wie soll ich das feiern? Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Leute, wenn ihr jetzt selber Bock habt, euch ein wenig als Spider-Man durch die Stadt zu schwingen, dann guckt unbedingt in die Videobeschreibung. Und da ist alles Wichtige verlinkt, um euch natürlich die volle Grafik pracht zu gönnen. Genießt das Ganze mit GeForce, Aua, Hardware, so wie Paletto. Dann habt ihr nämlich leckeres, Moin Jungs, Raytracing und DLSS am Start. Wie gesagt, alle wichtigen Infos ganz oben in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ich bin Spider-Man. Ich jogge hier ein bisschen durch die Streets. Ja. Und lasst gerne ein Like da. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich schwing mich weiter durch die Stadt. Juhu.